Wenn hier so viele Bildschirme, Lampen und Kameras stehen, dann ist eins ganz klar. Wir drehen wieder, ein Leakner TV reagiert. Aber wisst ihr, was dabei auf gar keinen Fall fehlen darf? Dave natürlich! Irgendwer muss doch dafür sorgen, dass der Ton gut ist. Also, riesen Dankeschön an Dave und ich mach mich ran an die Arbeit.